da bei diesen bestehenden inzwischen wenn wir kommen zur nächsten folge von Rocket League 1 zu 0 nach 2 Sekunden und natürlich zusammen mit dem Flo 1 1 zu 0 nach zwei Sekunden aller die Folge kann nur gut werden also das ist schon abgestempelt meine Freunde ich bin mega gespannt so läuft der Hase hier meine Freunde so läuft der Hase und sie lieben nächste Runde Leute das fängt gut an das war echt der schnellste Sieg von RL so Leute nächste Runde mal gucken was die jetzt so drauf haben also der eine ist schon mindest zumindest schon mal Veteran also mein Doppeljump hat schon wieder nicht geklappt ich fasse es nicht ach ja und übrigens ich nehm wieder auf ach ja stimmt ja letzte Folge hatte Flo ja nicht aufgenommen das hat nicht funktioniert da hat es bei ihm gelackt und ähm ja jetzt jetzt hat er dann andersprogramm gefunden ne Lösung gefunden das kann er wieder mit aufnehmen fuck ja die muss ich mir dann angucken die Qualität also also eigentlich so Leute wenn ihr kann man nicht beschweren wenn ihr keine Game wenn ihr kein Gameplay vom Flo seht dann wisst ihr dass ich die Qualität für Scheiße abgestempelt hab Lens jawoll guck mal die Vorlage hat gesagt und er hat bis dahin vorbeigefahren Outplayed und dann BATZ in deinem Mull wir haben die Leute grad zusammen ne ja das ist richtig krass aber Leute es wird demnächst also ich weiß noch nicht genau wann ähm wird es auf jeden Fall mal wieder Rocket League Stream geben ähm es gab ja am Freitag gab es ja äh ne am Samstag war das am Samstag gab es ja einen GTA Stream und äh ja ich guck einfach mal dass ich nächsten Samstag bin ich nicht da aber dass ich vielleicht Freitag oder was auch immer hä hä was macht ihr lol und dann kann er auch GG Leute was ist das denn was macht ihr denn ja auf jeden Fall gucken wir dass wir nächste Woche oder übernächste dann wieder ein Stream machen ne nächste Runde guck mal Eierkopp Eier Eierkopp 290 und Spy Walker geil du hast vergessen nächste Runde zu suchen ne ich hab den Namen vorgelesen das heißt alles komm den kann man machen du bist Experte und Profi alter ja was für ein Noobs was für ein Eierkopp Eierkopp die haben beide ver- johohoho was ist heute los Leute drei Runden gespielt dreimal gequittet was soll die Scheiße nächste Runde sagt er auch so äh Leute nächste Runde nächste Runde leh du hast auch nichts mehr gesagt ich denke mir so Eierkopp nein lass mich zu schließen drüben und mann ich habe nur nicht vor Prozent er fährt von der Arztur auch schnell ich dachte wir gehen in den Lenden 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 auch hier mach und mein Gott das war überhaupt nicht geplant ich würde mich in damit schon mal als das alles ist gemerkt dass wir es komplett synchron oder mein Gott gesagt ab bei mir war es da bei mir war es doch ein Letziger und wenn ich schneide dieses Video so dass sie gewonnen ist aber mir war es echt kommen wird sind und beide so um ein so mit den gleichen Pausen da noch so richtig geil sind eigentlich sind die Linie Loll verabschieden Brunner von einer Mama das ist halt das macht sie es nicht doch am 1 ein Nippel alle die im Tektiv die im Tektivus in der Hand überhaupt der Hormann weg wenn ich hab denn das weggeworfen ja genau vorlage noch mal alles ja sogar die dieser Outplay Kinder Loller ich glaube der ich ja das ist ja ich nicht ich bin da guck hallo 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 jetzt aber ich bin daneben geflogen das ist doch das lächerlichste das ist doch jetzt echt das lächerlichste Tor wir mühen uns da vorne einen ab da kriegen die so eine Chance er prallt noch an die abglaub ich und geht rein auch Flo mann das kann die Sender sind sie dann schnell nach einer Ecke sowas kommen das ist doch schrecklich zu beteiligen es geht noch gut kann sich ja raus bieten und raus ja man sich hat nichts besseres sie hat sie es ist besser zu tun ja so die nennen uns Tryharde by the way echt ich hab' nicht gelesen wir Tryharde ja ich hab' nix zu tun heute ich bin super gut drauf Leute ich bin super gut drauf und der Flo schreibt Scheiße im Chat wie ein Professionell Player ESL ja wow hättest du den getroffen wärst die Vorlage ich hab' vergessen zu Doppeljumpen den hätte ich gar nicht mehr verfehlen können L 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 oh Junge έχete er bis jetzt ganz politisch das ist bewusst was wir kritisch wer kennt sich and Market vorher easy easy nein ich wollte es machen suck wir haben uns wieder gebettelt, wir ihn macht Ok Hey, ich würd sagen, das war's von der heutigen Folge. Dreimal gelieft, einmal nochmal gespielt, beziehungsweise aber irgendeine Scheiße geschrieben. Ja, ich würd sagen, war eine klasse Folge, oder? Bis dahin, hau rein, schaltet am nächsten Donner vorbei und wie gesagt, den Stream jetzt auch bald geben. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017